Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Restart! Hallo! Hallo und danke für die neue Werkbank! Ha! Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Was wollte ich machen? Doch, doch, doch! Ich glaube, ich weiß es wieder. Achtung! Gerüst! Und jetzt kommt hier noch... Genau, jetzt habe ich zumindest mal die Blöcke davon. Einer reicht mir erstmal, danke. So, den Hammer. Ist das auch so eine Werkbank, wo ich einfach Fragezeichen drücke? Ah, das Eisen fehlt noch, Mist! Jetzt, Achtung, Oberschlauch Chili hat natürlich... Doch, doch genau drei Eisen! Nehme ich da lieber den... Ja, komm, ich nehme den Hammer. Ist okay. Zap! Ähm, Hammer. Zap! Wie legt ihr die drei Eisen da rein? Ach, ich bin ein Depp. Eisenbach! Hey! Warum macht ihr das nicht? Jetzt macht das. Alles klar. Zap! Jetzt haben wir hier so einen tollen Hammer. Und mit dem Hammer können wir doch jetzt einfach auf dieses Holz schlagen. Wenn ich jetzt nicht ganz lüge. Und dann verändert sich das nicht. Na klar, weil ich keine Blöcke brauche. Äh! Ist aber auch kein Problem. Äh, zap! 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 Fragezeichen. Wann willst du mich denn veräppeln? Wann willst du mich denn veräppeln? Wann willst du mich denn veräppeln? Wann willst du mich veräppeln? Was magst du denn? Ach! Ach! Guckst du einfach an! Mach nichts Gescheites! Wann soll ich vorbeikommen? Nein, 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 nein! Lieber nicht! Lieber nicht! Zap! Es läuft eigentlich ganz gut. Es dauert hin. Zieht er das nicht automatisch rein? Doch, zieht er. Nee, mach's hier nicht. Ach, Mann. Zap, 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 zap! Zap! Zap, 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 zap! Ah! Passt! Genau! Jawohl! Äh, so. Wie mach ich jetzt ne Tür? Was für ne Tür? Eine normale Tür oder ne Zimmermann-Tür, wo du dann die ändern kannst, die Farbe und so? Zimmermann-Tür? Ja. Brauchst du Karten, da Blöcke? Hab ich mir grad gemacht. Da brauchst du sechs Stück. Ah, das passt doch. Zap! Wie ne normale Tür. Wie ne normale Tür. Stimmt auch, ja. Entschuldigung, ich hab gedacht, das geht ein bisschen anders. Dafür liebt ihr mich doch alles so. Dass ich verpeilt bin. So, und dann petzen wir mal hier so die Tür rein. Achtung. Ja, Weltklasse. Weltklasse, der Herr. Noch besser. Abbauen. Danke. Ach. So. Ah, ich hab ne Tür. So, und hier? So. Oh. Oh. Ne. Ne. Ja, das sieht cool aus. Das sieht doch cool aus. Jetzt ist aber die Sache. Jetzt müssten wir eigentlich wieder die ganzen Holzblöcke abbauen. Äh. Hätte ich das vorher gewusst. Tja. Tja. Hättest du länger bei Life in the Woods mitgespielt, müsstest du es. Tja. Irgendwie, ich weiß nicht, aber irgendwie ist mir da die Lust vergangen oder so. Ich weiß nicht wo. Tja. 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 Oh, da brauchst du aber irgendwelche, äh, ja, komische Sachen. Okay. Hast du das schon mal angesehen, wie man die craftet? Nee, ich hab's noch vorher gelesen. Aber so wie ich das jetzt hier gerade mache, wird das eh schon 6 Tage dauern. Eine Reihe kriegen wir noch hin. Jetzt haben wir zumindest mal 46 Stück. Das ist doch mal was. Ja, das ist schön, dass du schläfst. Oh, und wir müssen uns auch unbedingt mal besorgen. Wir müssen uns doch so viel machen. Ich weiß nicht, wo ich anfange soll. Ja, nice. So. Hup, hup. 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 Hau ab. Hau ab. Mann. Geh. Aber geh mit Gott. So. Machen wir es hier mal wieder zu. Zap. Hup. Nice. Autsch. Weg. Danke. Okay. Ich würde schlafen, aber ich habe kein Bett. Entschuldigung. Mann, die sind ziemlich nervig, gell? Stimmt, wir hätten auch eigentlich mal ausleuchten können. Ja, ich sehe schon. Ich höre euch schon. Warum leuchtest du dich aus? Leuchtest du dich aus? Leuchtest du auch wieder. Hätte ich tun können. Aber wie lange wäre ich mit das? Zap, da, da, da. Zap. Und ich weiß, was ich wieder vergessen habe. Die Musik. Das wird sich auch noch erinnern. Zap. Wieder hier hoch. Oh, und das war es dann auch schon wieder? Ja, nice. Superschön, das war es auch schon wieder. Äh. Äh. Warum magst du auch alles, was gab in der Blöcke? Ja, warum nicht? Ja, kannst du es ja gleich aus den normalen Dingen machen. Hm? Kannst du es ja gleich aus dem normalen Zeug machen? Äh. Wie aus normalen Zeug? Ja, einen normalen Stein oder so. Ich weiß noch nicht, was du tun willst. Magst du es aus Holz machen? Ja. Ja. Wie aus Holz machen? Ja, klar. Warum auch Stein? Ja. Du verstehst gerade nicht, was ich meine. Nö. Oh, da schläft jemand. Warum? Ich schlafe auch, ich schlafe auch. Moment, ich muss erst schlafen. Danke. Ich habe keine Lust mehr auf diesen komischen Zombies. Die geht mir ja. Bitte schlafen. Ich schlieg schon. Ich schlieg doch. Ähm. Warum machst du jetzt Karten der Blöcke und tustern Holz rein? Stimmt. Das bringt nicht wirklich was. Ja. Es ist nur Holzverschwendung. Ihr seht, das wird doch ein bisschen länger bei mir dauern. Ja. Ach man. Ach ja, da baue ich wieder alles ab. Schau mal. Ey. Lass dich. Bitte nicht schlagen. Hilfe. Unterstützt mich lieber beim Hausbau. Da. Schau mich jetzt an. Warte. Hallo Holz. Hä? Holz? Wo ist sonst? Oh, das geht nicht. Äh. Oh, jetzt. Pfff. Alter, was hast du gemacht? Mich verwandelt. Oh nein, ich brenne! Äh. Ich muss jetzt Wasser. Oh Gott. Ähm. Das war ja wieder eine saublöde Idee von mir. Aber gut, das passt. Da. Das wollte ich eigentlich. Und deswegen. Ach so. Hallo. Mach sowas. Das hat aber nicht funktioniert vorhin. Aber mach auch sowas nicht mit mir. Du weißt. Wenn ich mir zuschlage, ja. Dann bist du schuld. Dich ich. Oh. Ey. Hör auf jetzt damit. Weg. Ey. Ey. Ich fick doch nach. Oh. Ey. Das dauert immer bis ich mich verwandelt habe. Jetzt warten wir mal wieder. Eieiei. So. Der wieder ich. Juhu. Ey. So, ich würde sagen, hier kommt ein Fenster rein. Mal hier auch so ein bisschen größer. Machen wir das mal drei so. Genau. Zapp, zapp, zapp. Dann kommt hier ein bisschen. Hier wieder ein Fenster hin. Hier sind noch so Karpenderblöcke. Ah, danke. Miest, mein Holz ist wieder leer. Miest, 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 mein Holz ist leer. Was hast du da eigentlich für ein Holz? Tropenholz? Oh Gott. Viel Spaß. Ich ercheate mir das nachher einfach. Ja klar. Küchtenholz? Gummiholz, Gummiholz. Ich glaube Tropenholz war nicht so die beste Idee, hä? Ja, Tropenholz hast du aber in der Farmwelt. Dann gehe ich mal in die Farmwelt. Vorher mache ich mir aber noch. Ach, ihr seht, das wird heute eine ganz entspannte Folge. So, jetzt mache ich mir aber hier erst noch. Äh, wo hab ich denn da? Zapp. Jawohl. Haltbarkeit 150, okay. Und was hat mir Eisen? Ah, Eisen ist schon besser. Okay. So, dann gehen wir mal in die Farmwelt. Düp, 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 düp. Und wie weit bist du mit deinem Hausbau? Noch nicht sehr weit. Oh, bestimmt schon wieder fast fertig oder so. Äh, nein. Ich habe noch nicht einmal wirklich angefangen. Okay. So, jetzt suchen wir mal. Äh. Ja, 24 Stück. Ja, nein. Aber halt, äh, so. Normal. Äh, ne. Äh, 24. Darf ich hier eigentlich die Bäume abholzen? Ups. In der Farbenwelt, ja, gell? Da darf ich machen, was ich will, richtig? Ja. Gut. So, und was ist das erste Techniklastige, was ich mache? Hm. Keine Ahnung. Ich habe auch noch keinen Plan. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich auf Blutmagie spezialisieren. Okay. Ich will wieder die Super Samurai Rüstung haben. Hm. Wenn ich da... Hm. Ja, okay. Mach ruhig. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich guck. Und ich will auf jeden Fall auch, wenn es sau schwer werden, Witchery machen. Hm. Da hast du was vor. Ja. Ja. So, das sollte doch jetzt erstmal reichen. 44 Stück. Ah ja, das reicht. Easy. Und da liegt ja auch noch... Warum nehme ich das einfach hier auf meine Schaufel? Jo, 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 jo. Da, da, da. Danke. Danke. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Wir brauchen auch auf jeden Fall Sand noch. Ich habe 21 Stück. Oh, nice. Ja, ich muss da ein bisschen abfahren bei mir. Ah, okay. Wenn du keinen Sand brauchst, gell? Also immer her mit. Ach, ich häng schon wieder. Ich häng schon wieder. Meine... Zap. Runter. Da, la. Ich weiß immer nicht, wo mein Weg ist. Das ist irgendwie schlecht. Ziemlich mau. So, jetzt gehen wir erstmal hier. Was brauchst du denn Sand für... Klaas? Ja. Genau. Oh Gott, ich brauche einen Chisel. Ich brauche Eisen. Ich habe Eisen. Oh cool. Ich habe auch Eisen. Ich kann dir ein Eisen, kann ich dir geben. Ich habe sieben. Aber danke. Bitte, bitte. Eile Raunen, Samen. Oh Gott, ich will keiner noch Raum machen. Nein, 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 die quietschen. Ah, dafür brauche ich sogar nur ein Eisen. Das ist doch super. Ja. Eisen habe ich gerade wieder weggetan in Schulzburg. Was für die Kapor. Hopp, hopp, hopp. Momentos, Fidipussos. Hopp, hopp, hopp. Aber die Laboratoriblocks, was die wieder immer hat, die sind so cool. Oh Mann. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Wie kriege ich das hin, dass das das automatisch auf die Werkband zieht? Was? Wenn ich was eingebe und dann aufs Fragezeichen drücke. Äh, warte kurz. Was? Kein Stress. Zap, zap. Zap, zap. Vielleicht musst du mit anderen, was hast du? Äh, musst du da nicht so shift oder irgend sowas drücken? Und dann drauf? Warte, ich guck nochmal. Zap. Ähm. Hm, 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 hm. Warte mal, ich will, ihr wählt da mal was ganz normales aus? Nö. Liest du da so? Ähm. Da hab ich Stein... Warte mal, ich lieg's dran. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das passt. Das passt. 1, 2, 3, 4. die pferde sind so doof bei mir draußen ja du müsstest doch ungefähr ich wohne wenn du jetzt von dir reingehst in den spawn geradeaus weiter durch du bist doch gerade zu hause oder ja das pferd ist gestorben ich war es gott sei dank nicht ich habe ein sattel der kaktus ist schuld angeplant aber was soll es wenn das pferd zu blöd ist und da rein rennen muss richtig ich glaube mal hier so ein bisschen sand ich glaube mir sand hallo kann ich sagen geben das sollte eigentlich auch schon reich 28 das reicht doch easy peasy für was brauchte ich jetzt eigentlich noch mal eisen ich konnte nicht sagen naja für die schüssel habe ich ja schon und ich laufe wieder rüber zu meinem haus hast du jetzt genug sand für das erste für das erste auf jeden fall ich denke lasst mich rein äh lasst mich nicht rein da hin und sand rein du kannst mal hier endlich mal essen machen das wäre immer nett das mache ich aus erdbeeren saftpresse und schneeball natürlich kein jetzt auch nicht so schnee ja ja schade egal schade macht nix macht nix so dann haben wir ja hier schon mal jetzt kommt das glas zapp da hat schon wieder salz das passt nur so weit zapp ja das war jetzt sehr clever und dann gehen wir hier noch ganz hoch ich würde mich gerne hinlegen ich kann aber nicht komm noch monstern an ihr doch jetzt nicht kann ich kann ich kann ich kann ich schlick schon ich schlick ah so super wir sind bei den fast 19 minuten und haben nix geschissen bekommen richtig geil so muss das machen so muss das laufen so zumindest hier noch die gläser hin zapp zapp ja stark boom wir brauchen mehr gläser los 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 zumindest will ich das noch fertig machen so wird das nix hier ähm zapp zapp weißt du mal kies brauchen solltet sich aber jetzt nicht menge kiep ok so zapp zapp ach nur die hälfte zapp das schmieders Salz ok und Salz habe ich auch genug nö brauch ich nicht zapp so jetzt haben wir hier noch zwei glas das wird doch so langsam was hier so wenn wir im live stream baut oh mein gott das werden viele stunden arbeit hier haben wir noch ein bisschen kleines dann haben wir mal hier noch eins zapp genau zapp zapp und zapp ah das glas hätte ich in KABATON-Blöcke setzen können ja das können wir vielleicht noch machen das schauen wir noch zapp zapp hanfsamen hanf aber jetzt aber hier bitte ja fräulein so nicht schon angepflanzt wieso überrascht mich das jetzt eigentlich gerade nicht so eh was hat denn das heißt so schön erstmal schön den hanf angepflanzt was habe ich noch zum hanf gepflanzt zapp baumwolle zapp so oh das hat gerade ein bisschen gelegt zapp zapp nice so dann war es das auch wieder von dieser Folge wenn es euch gefallen hat sehen wir uns in der nächsten Folge haut rein bis dahin tschüssi tschüss tschüssi